Eine der leichtesten Harmonikas in der Massivholzbauweise ist das Modell Bergsonne aus der Platinreihe. Die Bergsonne besticht durch ihre einmalig schlichte Optik. Das seidenmatte Gehäuse aus naturbelassenem Zedernholz wird von Massivholzecken aus Apfelbaum umrahmt. Die pflegeleichten, altmessig patinierten Beschläge runden das Gesamtbild harmonisch ab. Amano Aero Spezialstimmzungen sorgen für rund 30% weniger Luftverbrauch und garantieren beste Ansprache. Serienmäßig ist die Bergsonne mit Echtholzknöpfen am Diskant und Bass sowie zwei gepolsterten Ledereinsätzen im Bassbereich ausgestattet. Zusätzlich werden sie durch die kräftigen Helikonbässe und die doppelte Luftklappe ein Spielvergnügen der besonderen Art erleben. Liebe Harmonikerfreunde, herzlich willkommen im Harmonikerpavillon der Familie Schwarz in Mollen. Mein Name ist Maria Schwarz und gemeinsam mit meinem Mann Karl stelle ich Ihnen heute das Modell Bergsonne aus der Platin-Serie vor. Die Bergsonne ist eine der leichtesten Harmonikas in der Massivholzbauweise. Die schlichte Optik und der Seidenmatte Korpus aus naturbelassenem Zedernholz beeindrucken auf den ersten Blick. Massivholzecken aus dem Holz des Apfelbaumes umrahmen das hochwertige Gehäuse und die pflegeleichten, altmessig patinierten Beschläge runden das Gesamtbild harmonisch ab. Die Modelle der Platin-Reihe sind alle mit Amano Aero Spezial Stimmzonen ausgestattet. Selbstverständlich auch die Bergsonne. Die hochwertigsten Stimmzonen garantieren rund 30% weniger Luftverbrauch und beste Ansprache. Serienmäßig mit griffgünstigen Echtholzknöpfen, dem X-Bass und den Zweihalbtönen ausgestattet, lässt die Bergsonne keine Wünsche offen. Als Zusatzausstattung gegen Aufpreis bauen wir gerne unser Profipaket mit H-Bass und H-Akkord für Sie ein. Zusätzlich und ohne Aufpreis sind zwei gepolsterte Ledereinsätze im Bassbereich eingearbeitet und sorgen für ein angenehm weiches Spielvergnügen. Lassen Sie sich von den vielen Vorteilen der Bergsonne überzeugen. Besuchen Sie uns zu einem unverbindlichen Probespiel in Österreichs größten Harmonika-Pavillon in Wohen. Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne. Sie sind meistens vonti repeinenden Wohen. Untertitelung des ZDF, 2020